Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Rebustart hat er vor einiger Zeit diesen CLK rausgebracht, den kennt man ja. Fährt sich super schön, tolles Fahrzeug. Und vor Jahren hat es den von Ninko mal gegeben. Ich glaube damals, keine Ahnung, 25 Jahre oder so. Und ich habe jetzt eine alte Ninko-Karasse gefunden, also eben diese. Und von Slotted habe ich so ein HS2-Fahrwerk gemacht gehabt. Das habe ich jetzt eingebaut, mit diesen Haltern her. Man sieht das. Ich blende mal ein paar Fotos ein. Und das Schöne ist, da passen auch die Felgen. Die passen vom Designer, die sind ein bisschen kleiner, aber größere passen eh ins Rathaus. Aber das selbe Design. Und jetzt hier zum Vergleich, die beiden Autos. Ja, wie gesagt, das waren jetzt so Restbestände aus der Bastelkiste. Den haben wir jetzt zusammengebaut. Ich bin jetzt zehn Runden gefahren. Das werden wir jetzt gleich sehen. Fährt sich, ja, richtig schatten, richtig toll. Ein paar Feinheiten fehlen noch. So wie hier, da sind drei nur so Inlays. Und da auch. Auspuffertrappe, drei noch. Das war damals im Chassis mit einbaut. Alles kommt noch. Ja, und die Zeit vom Rebuslot, die beste Zeit bei zehn Runden, die blende ich jetzt mal ein oben. Und jetzt mache ich einfach mal dasselbe mit diesen hier. Passt mir jetzt einfach mal zum Spaß. Ich habe jetzt keine andere Referenz von der Zeit her und nehme einfach mal den hier. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, zehn Runden. Die Zeit von dem blende ich dann ein. Und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Das war's. Das ist ein. Das war's. Das ist ein. Das ist ein. Das war's. Das war's. Das峙schnus favorable. Loser Ronos. Dieses Schoen schwa. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.